so mann ich will nicht mal wieder richtig durchführen Oh, nicht noch ein Korb. Oh, Mann, ey. Sogar einer mit Shotgun. Bzw. zwei. Au. City-Hall. Oh, Mann, ey. Ich renne einfach durch. Das geht ja sowieso nicht da. Also, von daher ist es eigentlich scheißegal. Buh. Und, der gefallen. Okay. Nee. Ich werde ja so gar nicht beschossen. Wer ist das denn da? Ah, das... Ah. Interessant. Was ist das denn da? Ja. Okay. Oh, war. Was hat wir hier dann? Hier, hoch, genau hoch Okay. Von muss nicht. Zwei Türen. Ich hab ja immer ein Zwei Türen. We go. Oh, sind wir denn hier? Okay, wir müssen ja da zur U-Wahn. Ach. Ich hasse Schwingen. Hey, geschafft. Ah, hier ist ein Koffer. Okay, dann schnappen wir uns. Ach. Das ist 36. Ist ja ganz toll. Oh, ey. Junge. Was machst du? Du steh. Alter, was ist das? Ich glaub, da konnte ich nicht lang rennen. Ah. Was ist das? Warum schießen die mich? Hey. 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 Oh. Oh, schweiße. Schnell raus hier. Okay. Ah, tut mir leid. Ich klettern nicht. Ich geh. Muss ich hier irgendwie? Alter, jetzt kommt die Koffer auf den Hielen. Was soll das? Geht ja nicht. Jetzt lauf ich direkt zu den Kops. So. Okay, wo hin jetzt? Okay. Ich hätte mir die Mühe gar nicht machen müssen. Auf dem Einkaufszentrum gibt's Tragwerke und Barfußbereiche. So solltest du von da oben wegkommen. Barfußbereiche? Komm, lauf, 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 lauf. Gut. Ich geh einfach mal hoch, oder? Geht nicht. Doch, geht. Ich mach's ja schon. Ruhig. Oh, ein Ventilator. Süß. Ich geh jetzt hier runter. Ja, muss ich. Hoffe ich doch. Bin ich hier richtig? Oh, das war knapp. Geht's denn hier lang? Hier lang? Nee, sah aber grad so aus. Ach, hier denn. Alles ruhig hier oben. Warum muss ich? Ich geh einfach mal. Aua. Oder? Nee, kein A. Ja, schau, schau! Kannst du nicht? Au. Ja, du komm, schieb. Komm. Ich will eine Waffe nennen. Nee, gut hat wohl nicht so gut geklappt, wie ich es so gehofft habe. Die Frage ist... Wie? Ah. Entschuldigung. Was will ich hier lang? Nee. Oder? Ach, keine Ahnung. Ich komme hier nicht mehr. Ich komme hier nicht mehr durch. Wollang muss ich? Ich laufe einfach. Mal. Wir springen einfach mal. Au. Einfach springen ist ja immer gut. Oh, wie süß. Da hoch. Alles klar. Au. Oh. Und wallrun. Nein. Äh. Fuck. Weg. Oh, zumal. Headshot. 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 Okay, ich laufe wieder. Ah. Aua. Jetzt habe ich Aua. So. So. Hallo. Auf. 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 Geh zur Seite. Ja. Und ich liege in der Luft. Ja, okay. Gut. Jetzt aber. Jetzt klappt's. 200%. Und. Yeah. Like a boss. Wie soll ich das denn bitteschön schaffen? Ich muss erst mal. Ich muss erst mal. Ja, mein Maschinengewehr. Wo ist denn das Maschinengewehr? Au. Da. Au. Mh, 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 mh. Okay. Scheiß auf die Waffe. Ich habe A gedrückt. Wollte ich nicht. So, jetzt aber. Ey. Woah. Fuck, schau. Okay. Drück auf die Dächer. Oder so. Oder? Ich muss hier doch hoch. Oder. Ich muss hier auf die Waffen.